Beim Fitnesstraining kann man ganz schön was falsch machen, wenn man sich nicht auskennt. Wer soll bei all diesen Übungen auch den Durchblick behalten? Aber dafür habe ich ja meinen klasse Trainer, der mir hilft, in Topform zu kommen. Wie sagt er immer? Wenn ich darauf achte, dass ich mich stabil und breit aufstelle, kann mir nichts passieren. Genau wie bei meinen Finanzen und bei der VR-Bank erfahre ich, wie ich meine Geldanlagen in Topform bringe.